im war journal zeigen wir dir eine von vielen möglichkeiten wie du deinen gegner effektiv besiegen kannst auf dem server von global 2.0 oder bei mir auf facebook youtube oder twitch kannst du ebenfalls weitere kämpfe mit anderen setups sehen um dein spielstil zu verbessern die angaben zu red stars t4 iso8 haben wir von den number crunchern wulvethor punk und jedi übernommen bitte denkt dran alle hier in den videos gezeigten kämpfe spiegeln lediglich unsere persönlichen erfahrungen wieder und können sich mit updates des spiels verändern wir spielen mit 481 k starken symbionten gegen 433 k starken asgardianern mit dweggs stadt tor unsere waffenkammer ist noch aktiv die gegnerische kaserne sowie die krankenstation sind noch aktiv ebenso wird der raum durch labor und sicherheit verstärkt kill oder gregg der kampf da die symbionten durch jeden kill türenmieter erhalten ist es wichtig immer wieder den gregg zu töten durch dweck seinen sport ist dies zu beginn nicht möglich nun wurde uns antiven getötet dies ist das worst case szenario durch screen special entfernen wir dweck seinen sport nun setzen wir mit wenn im seiner ultimativen fähigkeit hier blog auf fehler wir versuchen wieder die greggs bzw lukis druck bilder zu töten je nachdem wie es funktioniert um wieder mehr speed zu erhalten wir versuchen wieder die greggs bzw. lukis druck bilder zu töten je nachdem wie es funktioniert um wieder mehr speed zu erhalten Gleichzeitig verursachen wir immer wieder Schaden an den anderen Charakteren durch direkte Angriffe oder Flächenangriffe. Wenn möglich, mit Scream ihrer ultimativen Fähigkeit Zerrütten auf Fehler anwenden, damit diese durch Loki seine Special nicht wieder unsichtbar werden kann. Den Rest unterspielen. Viel Glück Commander! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So Leute, das war's für heute. Wenn ihr noch mehr Videos dieser Art sehen wollt, klickt auf liken, folgen und teilen. Hinterlasst mir gerne Fragen oder Wünsche in den Kommentaren. Bis dahin, euer Ron.